Gut abgesucht, aber man weiß ja nie. Ich könnte mir denken, dass jetzt hier an diesen kleinen Inseln hier irgendwo sowas ist. Da denke ich halt nicht. So, warte. Kann man hier vernünftig einstellen, sodass ich hier eine schöne Weitsicht habe. Irgendwo in dieser Richtung. Damit ich das richtig höre. Frage ist halt nur, wo. Hm. Teleportieren wir uns nochmal ganz kurz zurück. Nur ganz kurz. Geht schnell. Versprochen. Sage ich jetzt so und habe eigentlich keine Ahnung. So, haben wir hier einstellen. Und weg teleportieren. Vielleicht höre ich ja hier schon irgendwas. Weil ich irgendwo einen übersehen habe. Sieht aber nicht da noch aus. Ich glaube, ich habe gerade einen gesehen. Wenn ich mir nicht irre. Kann mich aber auch irren. Ich irre mich öfter mal. Ich kann auch nichts hören hier. Also ist hier nichts. Aber nichtsdestotrotz. Guck, ich lebe noch einmal mehr. Als einmal zu wenig. Ich bin mir Zeit und stresst ja niemand. Hui. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir ganz und gar nicht sicher. Manchmal glaube ich halt im Hintergrund irgendwo was zu hören. Und dann bin ich mir auch schon wieder überhaupt nicht sicher, ob ich wirklich was höre. Der Klassiker halt, weißt du? Ich bilde mir einfach schon Dinge ein. Belassen wir es dabei. Nee. Nee, ich höre hier nichts. Gut. Habe ich dennoch halt einen Ort, wo ich nochmal ganz kurz hier gucken will. Mit der Weitsicht der Kamera. Geht ja schnell. Hoffe ich. Und dann geht's auf zur Pflanze. Hoffe ich. Glaube ich. Oh, warte, warte, warte. Da ist hier so ein Steinhaufen. Da ist so... Oh, da ist ein Schaf eingesperrt. Das geht doch nicht. Das müssen wir mal befreien hier. Das geht nicht. Das kann man ja nicht machen. Komm, zieh, 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 zieh. Okay. Du bist nicht so stark. Aber lass nicht hier den großen Stein auf das arme Schaf hier runterkommen. Komm. Weg mit dem Stein. Weg mit dem Stein auf das Arme Schaf hier runterkommen. Oh. Schaf ist immer noch nicht frei. Auf jeden Fall schon freier als vorher. Komm, zieh, 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 zieh. Lass das Schaf frei. Yay. Bitte schön. So, und jetzt? Kann das Schaf hier auch ziehen? Ich kann das Schaf wegziehen. Das ist aber fies. Aber ich habe dich befreit. Du brauchst keine Angst haben. Oh, das arme Schaf. Das ist hier voll veränscht. Oh. Das guckt voll verstört. So, aber ich meine, ich bin eben hier langgegangen und hier nochmal irgendwo was gehört. Kann aber auch die Teleportung gewesen sein. Jetzt geht es dem Schaf wieder gut. Mäh. Ja, ich habe dich befreit. Dann habe ich an dir gezogen. Mäh. Was hat das mit den fliegenden Steinen auf sich? Ist hier die Gravitation so niedrig? Hm. Ich nix wissen. Ich wirklich hier nix wissen. So. Aber... Nichtsdestotrotz klettere ich hier nochmal so ein bisschen entlang. Um dann festzustellen, dass hier nix ist. Wahrscheinlich. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier irgendwie unter Wasserhöhlen gibt oder ähnliches. Aber ich kann hier die Präsenz eines weiteren Steins wahrnehmen. Frage ist nur, wo. Frage ist nur, wo. Weiß halt jetzt auch nicht, wie weit dieser Radius hier geht. Von wo bis wo man hier irgendwie sowas wahrnehmen kann oder wo noch nicht. Hm. Auf jeden Fall können wir uns jetzt hier so ein bisschen um die Pflanze kümmern. Gucken, wie kriegen wir denn die zum Wachsen. Pflanze macht hier, glaube ich, auch die ganze Zeit hier solche Geräusche. Kann natürlich auch von der Pflanze kommen. Starshute. Grab the chute and hold tight. Grow with eggs. Okay. Okay. Ah. Wow. Angedienst. Angedienst. Oh nein, das ist angedockt. Aber egal. Okay. Dann gucken wir doch mal hier oben drauf, ob wir da irgendwie so ein Kristall finden. Ob das das ist, was ich gehört habe. Da ist er. Na, halt dich fest. Nein. Okay. Das kann natürlich lustig werden, wenn wir dann irgendwann da irgendwo sehr weit oben sind und dann ich dieses Talent habe, einfach mal irgendwo runterzufallen. Ich kenne mich da ja schon ein, zwei Tage. So, und immer schon weiter hier. Obwohl, da kann ich ja auch einfach so rauflaufen. So, und dann grabben wir uns hier einfach mal so ein bisschen entlang. Ah. Ich glaube, ich schaffe es. Ich glaube, ich schaffe es irgendwie. Ein bisschen vorsichtig. Also, der hat ja wirklich schon Kletterkünste. Du, das, da ist man ja fast neidisch, ne? So, wieder einer. Dann war es das, der hier ist. So, und wir gucken weiter entlang der Pflanze. Gucken wir mal, was haben wir denn da so auf dem Blatt vielleicht. Also, extrem elastisch. Also, extrem elastisch. Okay. Deswegen halt. Ah, Platsch. Hier muss auch noch irgendwo einer sein. So eine Wurzel der Pflanze vielleicht. Ist das möglich? Die Steine hier kriege ich, glaube ich, nicht weg, ne? Ne. Ah, da ist die Präsenz eines weiteren Kristalls noch sehr stark. Also, man hat es da vielleicht gehört. Hier muss noch irgendwo was sein. Der ist wahrscheinlich der, der ich die ganze Zeit gehört habe. Wahrscheinlich. Ja. Das heißt, ich muss jetzt hier auch mal die Steine irgendwie wegkriegen. Da ist er. Komm, weg hier. Weg mit dir. Irgendwie. So. Und jetzt muss ich hier selbst wieder rauskommen. Geht doch. Einfach mal versteckt unter so einem Geräusch hoffen. Hier ist noch einer. Das muss doch in dem Felsen sein, oder? Ist da vielleicht noch ein Höhleneingang? Ist das möglich? Ich schiebe hier erstmal die Dinger weg. Da ist tatsächlich noch einer drunter. Ist hier noch einer? Ich glaube, jetzt war es das. Jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr weg. Ja, jetzt war es das. Okay, hier ist jetzt nichts mehr. Jetzt können wir, glaube ich, wirklich sicher gehen, dass hier nichts mehr ist. Das ist wahrscheinlich auch die Kristalle, die ich immer so wahrgenommen habe, hier und dort, wenn ich hier und dort überall ein bisschen lang gegangen bin. Nun gut. Dann schauen wir mal, wo wir ja noch so schön ist, hinkommen können. Haben wir kurz die Kamera. Ein bisschen höher müssen wir. Da oben ist eine weitere Sprosse, oder wie auch immer man es nennen möchte. Das kriegen wir aber hin. Dann haben wir da noch eine, die geht auf der anderen Seite. Nehmen wir erstmal die hier. Einen von vier haben wir erst. Wir sind noch nicht ganz dran. Let's stick to guide. Ah, okay. Das heißt, das hätten wir jetzt auch noch steuern können. Interessant. Also wirklich interessant. Ich bin oben. Ich bin oben. Gib mir den Kristall. Ist meiner. Sag ich doch. Noch irgendwo einer? Vielleicht so an dem Ding hier dran irgendwo. Muss ich immer so viel hinhören. Ah, da, da. Nicht runterfallen hier, Kollege. Aber sieht nicht so aus. Da oben haben wir den weiteren Teleporter. Da. Okay. Wow. Okay. Mir geht's gut. Keine Panik. Mir geht es gut. Gehen wir auf die anderen Seite. Ich weiß zwar noch nicht, wohin mit dem Ding. Aber ich habe da so eine leise Vermutung, wo ich dann damit hin möchte. Ah. Oh Gott. Die Kletterkünste hier, ne? Ein Traum. Ist eigentlich viel zu weit weg. Aber wir nehmen das mal. Und docken da einfach mal an. Yeah. Angedockt. Angedockt. So. Dann holen wir uns gleich hier erstmal den Kristall, der hier rumhängt. So. Engage with A while jumping. Ah. Jetzt habe ich ein Boosterpack getönst. Rocketpack. Genau. Ist ja krass. Okay. Haben wir noch einen? Ich höre nichts. Die Möglichkeit besteht ja. Da glaube ich irgendwie gerade nicht. Da oben ist so eine ganz große Insel. Und da oben sind noch vier weitere große Inseln. Ist ja krass. Alles kann man erkunden. Das ist wirklich schon geil. Muss man ja doch sagen. So. Ähm. Was wir zuerst mal machen. Aber hier. Ah. Ah. Wir haben hier. So ein Sprössling. Okay.